Sie sehen eine Führerstandsmitfahrt aus einem historischen Schienenbus der oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen. Sie sehen das Kuckucksbähnel von Neustadt an der Weinstraße nach Elmstein. Die oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen erhalten historische Schienenbusse der 50er und 60er Jahre und veranstalten damit regelmäßig Sonderfahrten. Mehr Informationen dazu findet man im Internet unter www.oef-online.de Diese Führerstandsmitfahrt können Sie zusammen mit noch anderen Führerstandsmitfahrten im Internet herunterladen unter www.rumsenden.de www.rumsenden.de Die Musik stammt von www.mixotik.net und ist dort unter der Nummer 275 zu finden. Wir wünschen eine gute Fahrt! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Sie sehen eine Führerstandsmitfahrt aus einem historischen Schienenbus der Oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen. Sie sehen das Kuckucksbähnel von Neustadt an der Weinstraße nach Elmstein. Die Oberhessischen Eisenbahnfreunde und Eisenbahnfreunde aus Gießen erhalten historische Schienenbusse der 50er und 60er Jahre und veranstalten damit regelmäßig Sonderfahrten. Mehr Informationen dazu findet man im Internet unter www.oef-online.de www.oef-online.de Diese Führerstandsmitfahrt können Sie zusammen mit noch anderen Führerstandsmitfahrten im Internet herunterladen unter www.rumsenden.de www.rumsenden.de Die Musik stammt von www.mixotik.net und ist dort unter der Nummer 275 zu finden. sheilt die Musik seien die Fahrt nach, eine kamen der almighty Die Musik stammt von sich in der Nummer 274 zu finden. um lösche